Ja, hallo, mein Name ist Sibo Müller, ich bin Augeoptiker und Höheakustikermeister, Frau Christin de Vries aus? Hesel. Aus Hesel, wir kommen jetzt aus Hesel zu uns. Ja, genau. Frau de Vries hat von uns Nachlitzen bekommen und trägt die jetzt seit, wann bist du eigentlich? Seit zwei Jahren. Seit zwei Jahren schon, ja. Ja, und ich habe gefragt, ob wir das kurz mal so ein kurzes Interview machen können, weil es Ihnen gut gefällt. Genau. Es gefällt dir richtig gut. Sehr gut. Ja, wann setzt du dich so abends ein? Meist so, wenn es bei dir halb elf. Halb elf, dann mauschen Sie früher auf. Halb sechs. Halb sechs schon, meine Herren, ja. Gut, und dann können Sie den ganzen Tag über Schlaf sehen. Dann können Sie den ganzen Tag über Schlaf sehen. Und in der Nähe klappt auch gut? Klappt super. Ja, klasse. Ja. Okay, also würden Sie sagen? Empfehlen. Ja, super. Ich sage nichts Besseres. Es klappt. Ja, es klappt super. Sie können uns vertrauen. Ja, es hat viele Vorteile. Dankeschön. Gerne. Okay.